Kann man die Erschwernis vorher abschätzen, dass man sich denkt, okay, das sieht schon alles sehr gefährlich hier aus? Das ist definitiv gefährlich. Moos, Bartalden, Blasentang, der hier hochwächst, wuchert, das ist richtig glitschig. Das ist gefährlich. Gut, dann wird er nicht da runterklettern. Er wird sich noch ein bisschen runterbeugen, der hofft, dass er vielleicht mal riechen kann, ob das aus dem Loch auch stinkt. Vielleicht kriegt er das ja hin auf die Entfernung. Einzuschätzen. Kannst du nicht sagen. Also ob die beiden miteinander verbunden sind, weißt du nicht. Das kannst du nicht abschätzen. Nicht von der Entfernung, nicht von der Höhe, das kriegst du nicht hin. Ja, das Loch ist zu schwer zu erkunden für mal eben. Nicht ohne Backup. Und ja, er wird das tun, was er sowieso wollte, auf diese Seite wechseln und sich an der Küste entlang hangelnd, also an der Küste entlang gehend, damit natürlich auch sozusagen hier entlang gehend, kann er auch nochmal hier hingucken, wieder an der Küste entlang gehend wieder zurück zum Lager kommen. Das wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber grundsätzlich glaubt er, dass das die sicherste Methode ist, seine Orientierung zu wagen. Mhm, Orientierung. Schwert oben, sieben. Um an der... Weil ich sonst diese... Weil ich sonst das Ding aus den Augen verliere. Dann gib mir eine plus fünf. Was passiert, wenn ich die nicht schaffe? Verliere ich dann die Küstenstreifen aus dem Auge? Schauen wir uns einfach mal an, was da passiert. Okay. Das musst du mir erklären, wie ich das schaffe, das zu verlieren, aber okay. Ja, schauen wir uns einfach mal an. Die anderen beiden haben es ja auch nicht geschafft. Ja. Die haben sich aber keinen Orientierungspunkt gesucht, an dem man den langlaufen kann. Ja. Kann ich ihn im Nebel verlieren? Du kommst immer, du kommst nach, ähm, ja, wie viele Meilen seid ihr gegangen? So fünf Stück, ähm, nach... Stunde? Ja, hört sich gut an. Zusammen mit dem Nebel nach einer Stunde kommst du wieder bei dem Lager an, äh, wo Eldan und Abel mir auf dich warten. Von Ahmad und Jalan keine Spur. Schauen wir uns mal hier so ein Lager vorher, als ich jetzt war ihm. Können wir ihn erkennen, dass Ömer ist aus der Entfernung, oder, also, wenn er aus dem Nebel rauskommt? Äh, der hat doch immer 21 Sternchen über, also, irgendwann steht plötzlich Ömer vor dir. Gelärter Herren. Gelärter Herren. Ach! Ach! Schreck mich doch nicht zu Tode! Ömer, was machst du denn? Äh, entschuldigt, Koptan. Entschuldigt, weiße Koptanin. Wo ist Jalan? Ähm. Wo, wo ist... Achmat! Weiß ich nicht. Weißt du nicht. Die haben ziemlich viel Lärm gemacht. Feinde sind losgezogen. Ich habe keinen Kampfeslärm gehört. Ich denke, dass sie sich versteckt haben vor denen. Aber... Okay. Äh, äh, wir wurden sozusagen getrennt. Es entstand irgendwie ein Streit zwischen Jalan und, äh, und, 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 und Achmat. Und der war so laut, dass, dass, dass Feinde aus der Absteige, aus, die sie anscheinend gebunkert haben, wo auch Leute sind, die, äh, anstatt einen armen Tentakeln haben, äh, sozusagen, äh, losgegangen sind in die Richtung. Bei den Göttern. Okay. Aber, aber, das, 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 das sind knapp irgendwie, äh, ein, ein bis anderthalb Dutzend Leute. Meint ihr, würdet ihr die Fußspuren von Jalan wiederfinden? Könnt ihr das? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Dann, das ist leider auch nicht. Die werden uns bestimmt finden, wir sind ja hier direkt an der Küste. Das ist ja nicht so schnell dem Küstenverlauf zu folgen. Wenn sie nicht gefangen genommen werden. Ach was, die sind kampfstark. Und ich glaube, dass wir den Kampfesleben hören, wenn sie nicht noch fünfmal entfernt sind. Wenn irgendjemand an Bord, der so etwas kann, ist mir das bewusst. Weiß ich von irgendeinem Schützen, der früher mal Jäger war oder sowas. Was sollen wir sonst tun? Wirklich keine Ahnung von sowas. Könnt ihr uns eine, ihr habt doch die, die, den Weg, ausgekundschaftet, oder? Könnt ihr uns für ernst kurz, kurze Skizze in den Sand zeichnen oder den Dreck zeichnen? Äh, was soll ich tun? Also eine kurze Skizze, was ich wo befinde. Was habt ihr gesehen? Ja, und Irma fängt an, in den Sand zu zeichnen, das, was er da oben gesehen hat. Wollen wir mal schauen, wie gut Irma zeichnen kann. Oh, tatsächlich erkennt man etwas. Also das hier ist das Haus, was ich für eine Absteige gehalten habe. Zeigt das Zeichen des Sand hier in den Haus. Das sehen Sie. Da waren, ich denke, so 14 Personen drin, könnte ungefähr sein. Davon sind aber ein paar Leute losgelaufen Richtung Jalan und so. Hier dieses Haus scheint so eine kleine Verschlag zu sein. Kaschemme, kann ich nicht genau beurteilen. Und das hier ist ein Tempel. Und ich glaube, der ist entweiht oder so etwas. Das war früher mal ein Tempel. Da sind auf jeden Fall auch, da ist auf jeden Fall dieser eine Typ drin. Also sind zwei unheimliche Typen drin. Und der eine ist so komplett irgendwie so in Tücher eingeschlagen. Und der andere, der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben so ein Tentakel anstatt einen Arm hat. Dann haben wir hier vorne ein Loch. Das ist aber ziemlich schwer dahin zu klettern. Das sind über 20 Schritte tief. Das ist ziemlich glitschig. Also das ist wirklich richtig gefährlich, darunter zu klettern. Das ist nicht zu vergleichen mit dieser harmlosen Wand, die wir eben erklettert haben. Und da ist eben die Sache, das könnte ein Zugang sein hierzu. Zu diesem vulkanähnlichen Ding, was komische Zeichen drin hat. So ähnlich wie Tempelzeichen manchmal drin haben, die ich nicht so kenne. Das sind aber Zeichen, die ich noch nie gesehen habe. Der Pfad, der da hochführt, ist auf jeden Fall sehr schmal. Das heißt, da könnten unsere Leute locker aufhalten, weil da nur einer... Also an manchen Stellen ist der Pfad so schmal, dass da eben nur einer entlang gehen kann. Die Spalte hier, da weiß ich nicht, ob die mit uns so verbunden ist. Das scheint mir nicht so. Da kommt kein bestialischer Gestank her. Denn aus diesem Ding, aus diesem Vulkan oder was auch immer das ist, da kommt ein bestialischer Gestank her. Von Unwasser und Tod und Verwesung und richtig widerlich. Wisst ihr, es gab mal ein Kundchen, irgendwann ist mal eine Wasserleiche angeschwemmt worden oder sowas. Da habe ich auch mal dran gerochen. So ähnlich riecht das. Nur noch ein bisschen schlimmer und mit anderen Dingen vermischt. Aber das könnte vielleicht theoretisch der... Also mir wisst ihr, ob dieser Splitter einen Geruch von sich abgibt. Nein, das weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Unheiligtum dieser Kegel darstellt. Bestimmt. Unmöglich. Also wir könnten eben wieder versuchen, den Berg hinauf dann zu laufen, was ziemlich schwer wird. Oder wir könnten versuchen, irgendwie dieses Loch zu erklettern. Ähm, ich würde mir das zutrauen, davor zu klettern und dann irgendwie das Seil unten festzumachen. Runter kommen sie alle, aber über 20 Schritt tief feilen, das ist schon gefährlich. Ich und, äh, nichts gegen euch, alle plus Mario A bei mir. Aber ich glaube, wir beide sind dafür eher ungeeignet, wenn ich gesehen habe, wie viel hier gerade eben im Loch klettert. Ja, ich fürchte auch. Aber diesen Weg können wir locker klemmen. Es scheint ja, ja, zwar nicht allzu breit, aber zwei Schritt breiter sollten wir selbst diesen Pfad nehmen können. Aber es ist die Frage, was wollen wir in diesem Unheiligtum? Wir wollen auch den Splitter abholen. Die Möglichkeit, dass der Splitter vielleicht schon ein Unheiligtum ist, sollten wir nicht ausschließen, obwohl. Dann werden hier mehr wachen, oder? Ja, aber in der Nachricht stand ja ausdrücklich, dass der Splitter so unbewacht ist wie nie. Das könnte natürlich theoretisch jetzt der Fall sein. Hättet ihr denn in der Lage, mal da unten hereinzuklettern und euch das im Inneren anzuschauen, oder haltet ihr es für sehr wahrscheinlich, dass ihr dann entdeckt werdet? Ich glaube schon, dass ich da unten rein kann und dass man mich nicht entdeckt. Aber, wie ich das schon sagte, das ist ein ziemlich gefährliches Loch, da unten hinzuklettern. Und das traue ich mir zu. Aber eben, wenn ich niemanden in der Nähe habe, sondern nur weiß, dass, wenn ich da unten im Loch festsitze, dass ich jemals Freunde habe, die mir von oben Deckung geben können, dass wenn ich unten entdeckt worden bin, das ist unpraktisch. Können wir nicht das Seil hier von dieser, zur, 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 zur Zeitenspinne nehmen und es dort irgendwo anbinden, dass sie dort leichter runterkommt? Wir rufen einfach runter, dass wir ein neues Seil brauchen und dann werden die unten ein Seil anbinden und wir ziehen das hoch und dann nehmen wir ein neues Seil mit und lassen das Zeitenspinne sein hier. Genau, umso besser. Könntet ihr denn vielleicht vorher irgendwo die Küste leichter herunterkommen und dort hinschwimmen? Seid ihr ein guter Schwimmer? Das traue ich mir nicht zu. Ich glaube, es ist keine gute Idee, hier zu schwimmen zu gehen. Ja, stimmt, ihr habt recht. Hier im Unwasserschwimmen ist ich vermutlich nicht allzu schlau. Furcht. Diese Absteige, hat sie nur einen Ausgang oder habt ihr erst ein Näheres in den Augenschalen nehmen können? Frosty, wie war das? Hat die Absteige hier mehrere Zugänge gehabt? Ja, einen vorne und so einen kleinen Hintereingang. Also einmal direkt hier in der Mitte, den großen Haupteingang und hinten dann irgendwo noch einen zweiten für Küche. Es gab noch hinten, es gab noch so einen Ein- und Ausgang und vorne den Haupteinen-Ausgang. Also mit unseren Männern sollte es möglich sein, die Leute da zu überraschen und schnell zu töten. Die Frage ist, ob wir das jetzt schon wollen. Ja, richtig. Mag ich mir selber nicht anzumaßen, sich zu entscheiden. Das sollten wir am besten den Käpt'n überlassen. Wo ist der denn jetzt? Ja, Frosty, wo ist denn der Käpt'n jetzt? Orientierungsprobe, einfach. Mein Plan ist jetzt einfach, ich gehe zu einem der Schützen hin und frage sie. Äh, Männer, Männer! Äh, war einer von euch mal Jäger oder hat Ahnung von sowas? Ja, dann die Frage an euch. Ihr verliert euch direkt im Nebel und seid euch überhaupt nicht sicher, wo vorne, wo hinten ist. Und dann stoßt ihr wieder auf die Küstenlinie. Körperbeerschutzprobe. Erschwert um sieben. Sonst stürzt ihr die Klippen runter. Und zwar ihr beide. Aktuell habt ihr beide wieder eure Rüstung angezogen. Ja, ich habe zum Glück nur die leichte. Das ist zum Glück ein Mirakel-Talent. Ich bleibe auch stehen. Ja, dann brecht ihr gerade die Küstenlinie runter. Ja, wie gesagt, hier geht das steil bergab, 20 Meter in die Tiefe. Vielleicht zerschallt ihr auf den Felsen. Könnt euch dann noch im letzten Moment umdrehen. Ratscht noch einige Schritte nach unten in die Tiefe. Könnt euch dann an einer Wurzel noch festhalten. Beide der eine links, der andere rechts. Einige Möwen, die aufkrechzen. Ihr bekommt beide 3W6-Ausdauerschaden. Ohne oder geht es direkt gegen Schaden? Direkt. Also 9,5 sind 5 und 12,5 sind 6. Und steht dann jetzt wieder an der Küstenlinie. Hier könnt ihr euch endlich wieder orientieren. Könnt euch an der Wurzel nach oben ziehen. Jetzt müsstet ihr eben noch wissen, ob ihr links oder rechts lang geht. Hilft das Rüstung gegen diesen Schabschaden? Nein. Habe ich gerade gefragt. Achso. Gut, Ahmad. Ich gehe nach links, ihr geht nach rechts. Einer davon, dass das Lager findet, kommt jetzt zurück und holt den anderen. Ich lasse euch hier nicht alleine. Na ja, 12 können ja nicht. Ich habe nicht die Zeit für sowas. Dann kommt halt mit. Und ich gehe nach links. Nach links. Und denke ganz kurz daran, in die Klippe runter zu stoßen. Nach 5 Minuten könnt ihr dann wieder einige Stimmen hören, die sich leise unterhalten. Und trefft dann auf Elgan Gorbas, Abelmir und auch Ömer. Was seid ihr endlich? Was habt ihr denn schon wieder gemacht? Ömer ist schon ewig hier. Seine Gnaden hier hält Subtilität. Nicht für die angebrachte Vorgehensweise. Hey, Jalan, hier. Tretet nicht auf das Sandbild. Hier habe ich den Außenposten, den sie dort haben, eingezeichnet. Ich erkläre euch alles. Es tut mir leid, ihr wart so laut. Da kamen Leute hinter euch her. Ich weiß nicht. Deswegen haben wir uns dann auch zurückgezogen. Okay. Es tut mir leid, ich konnte nicht mehr tun als den Ort auskundschaften und danach wieder hier zurückkommen. Ihr habt eure Aufgabe erledigt. Mehr brauchen wir doch nicht. Ja, und ich erzähle nochmal, was ich jetzt gerade an den anderen erzählt habe. Mit der Absteiger, dem Tempel, dem Typ mit dem Arschatarm und Dings und der Spalte und dem Loch und dem Vulkan und dem Bestang. Gut. Nehmen wir zu, dass wir hier runterkommen. Erst einmal. Wir können aus dem Schiff weiterplanen. Ähm, okay. Aber wenn wir hier nochmal hochgehen. Also ganz kurz, Ote, willst du wirklich, dass die Magier hier nochmal hochklettern? Die bleiben dann halt unten. Genau, wie du. Kannst du gerne versuchen. Ähm, okay. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Abel mir und ich hier heute nochmal hochklettern können. Warum wollen wir? Wir können uns nicht hier unterhalten und leisem unterhalten. Deutlich kein Problem sein, oder? Na gut. Ihr da, kunst schaft da. Elysia wird wieder vor euren Augen sichtbar und sieht so ein bisschen gelangweilt aus. Popelt sich in der Nase. Also, naja, wir können auch einfach sonst hier oben bleiben und holen die anderen hoch. Nach und nach. Bauen hier ein kleines Lager auf, mit dem man vielleicht so ein bisschen mobil ist und kann von hier aus dann bis morgen warten. Was auch immer morgen passiert. Wir planen das kurz. Kunst schaft da, ich will rund um Augen haben, dass sich bloß niemand anschleicht. Der Rest um die Skizze. Also. Wohl, Kapitän. Ist das nicht kalt? Man schaut auf ihre starren Nippel. Äh, ja. Möchtest du mich wärmen? Komm doch ein bisschen zu, die sind. Ich will mal Kiaras und viel sagen im Blick zu. Kiaras ist noch gar nicht hoch. Überzieht mal kurzzeitig hier sein, äh, sein Anorak aus und, äh, reicht ihn ihr dann rüber. Hier bitteschön, wärmt euch. Tja, sie kuschelt sich dann auch direkt an dich und presst ihren nackten, äh, vom Nebel feuchten Körper auch an dich. Tja, immer reibt ihr so ein bisschen über den Rücken, währenddessen, äh, guckt, dass dann der möglichst größte Teil zwischen ihr und, äh, der Jacke irgendwie ist. Gut, also das hier ist der Tempel, ja? Äh, die Schützen geben dann den Befehl an die anderen, äh, dass man ein Lager hier oben aufschlägt, oder wie ist es? Erst einmal stellen sie sich auf und gucken sich um. Ja, gut. Und wir entscheiden, ob wir jetzt überhaupt ein Lager aufschlagen, das sollte ja nicht länger als eine Viertelstunde dauern. Also macht ihr das mit oder ohne Kiaras? Ja. Äh, Kapitän, lass doch bitte die Kleidung von Elysia hier hochbringen oder zumindest ein paar Decken, wenn sie schon nicht in Kleidung laufen will. Dann kommen zwei weitere, drei weitere Schützen nach oben, die dann nach und nach klettern. Die Befehle werden weitergegeben, weitere Positionen, die dann in einiger Entfernung aufgestellt werden, damit man eben nicht überrascht wird. Weiteres Holz, was nach oben gebracht wird, um das Lagerfeuer, so klein, wie es eben auch ist, dann auszubauen. Man kann dann natürlich sich tief in die Erde graben, damit das Feuer eben nur warm ist, aber nicht hell. Und auch Kiaras wird weitergegeben, dass man dort oben eben ein Lager aufschlägt. Was möchtest du tun? Na gut, wenn sie jetzt da oben anscheinend bleiben wollen, dann gehe ich auf ihn auf. Ich verteile noch Befehle, dass was an Bord gemacht werden soll, weil irgendwie alle befehlsamen Offiziere jetzt nach oben geklettert sind. Nicht alle. Ja, aber den kann man nicht vertrauen. Kletternprobe erschwert um vier Punkte. Ich möchte ihm aushelfen. Du bist mit der Skizze beschäftigt. Ich will ihn erst holen. Wenn die Leute uns plötzlich auf mysteriöse Art und Weise wieder hören, dann würde ich da runterrufen, dass sie mir gefälligst meinen Armpanzer wieder hochholen. Ja, der ist verschwunden. Niemand weiß, wo der ist und auch von Hilal fehlt jede Spur. Nee, ist zu kalt. Ich lasse es mit dem Klettern. Ja, dann bekommst du zwei W6 Schadenspunkte. Beziehungsweise dann die Hälfte. Es sind vier echte. Und du bleibst dann unten. Oder wie? Ja, ich komme da offensichtlich nicht hoch. Du müsst euch da nicht festhalten. Weiter links! Ich gebe an, der schützt eine verdammte Streckleiter mit. Ich glaube, wir haben eine Streckleiter, oder? Ihr habt keine gekauft. Ich schaue nach. Wir sind auf dem Schiff und haben keine Streckleiter. Das ist kein Schiff. Ich würde ihm jetzt mal so leise Tipps herunterrufen, wo ich selber mich schon aufs Maul gelegt habe, dass er das nicht auch macht. Ich weiß nicht, ob ihm das was bringt, aber hier ist man. Wir haben keine Streckleiter, wir haben aber Tackelage. Irgendwann flirtet derweil ein wenig mit Elysia. Würfel gerne mal betören. Ja, also er glaubt nicht, dass jetzt hier was passiert, aber vielleicht auch dem Schiff mal irgendwann wieder, wenn sie Zeit und Lust hat. Und dann muss man sich jetzt hier ehrenmannhaft verhalten. Ein paar Komplimente machen. Hast du Schaden bekommen im Verlauf der letzten paar Tage? Nein. Okay, sie klaut dir deine Regeneration. Ach so, okay, ja gut. Sie regelt sich dann auch irgendwann mit dir nahe des Lagerfeuers, also irgendwann, wenn dann Zeit ist. Und dann geht die Hose auf und dann passiert alles. Ja, ja, also sie setzt sich dann auch eiskalt neben dem Lagerfeuer, während die anderen da irgendwie in der Skizze sind. Vielleicht kommt Kiaras da hoch und sieht erstmal seine Elysia auf mir rumreit. Ja, sie reitet dann auch, klar. Also je nachdem, wie zeitig das ist. Wenn irgendwann Kiaras mal oben ankommen sollte, wenn du Tackelage hast, dann musst du nur noch eine Kletternprobe werfen. Eine Kletternprobe will ich aber noch haben. Und den Rest kann man dir dann mit der Tackelage aushelfen. Dann gibt es weitere 2 W6, aber du kannst oben ankommen. Genau, sieben halbe sind vier echte. Und ja, du kannst jetzt eben auch nach oben umsonst mit der Tackelage, aber die Schadenspunkte kannst du so oder so. Ja, großartig. Super, großartig. Herzlich willkommen auf Rulat. What the fuck, alter. Also, würd sie dann... Wenn sie Spaß hat, wenn sie sich mit sowas abgibt. Wenn ihr irgendwann schlaft, dann würd sie das tun. Beziehungsweise, wenn... Also irgendwann im Laufe des Abends, wenn Zeit ist. Ja, jetzt könnt ihr euch besprechen. Kiaras, hier ist die Karte. Augen, hier unten. Ich hab den nicht... Ähm, ja. Ich geh auf die Karte. Also, das hier ist der Tempel, richtig? Ach, scheint so. Also, Irma ist jetzt gerade beschäftigt, aber ich erklär mal, was er erklärt hat. Hier unten ist irgendwo ein kleiner Spalt. Irma meinte, man könnte da wohl durchgehen, aber dahin zu klettern scheint sehr schwierig zu sein. Selbst für jemanden, der so gut klettern kann wie er. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche besonders guten Kletterer in der Mannschaft, denen man das zutrauen könnte. Ich verrichte nicht. Wie hoch ist die Klippe? 20 Meter. Gut. Wir gehen zurück, wir nehmen die Perlenwacht, wir lassen die Perlenwacht hier hochklettern, zertrampeln da alles, vernichten alles und holen uns einen Spilter fertig. Erstens, Karinor, die Klippe ist 20 Meter hoch, da kommen wir mit der Perlenwacht nicht hoch. Das sollte sie schaffen. Karinor ist heute der fünfte Bereite, der Spilter ist noch nicht hier. Also, mit unseren Truppen könnten wir mit Sicherheit die Leute vor Ort töten. Die Frage ist nur, ob wir das schon wollen. Eine Spilter nicht hier, sondern was machen wollen wir dann hier? Die Flosche, die wir hier aufgeklärt haben, liegt die direkt vor dem Kaff vor Hunker, so ein bisschen offscreen, oder ist die weiter weg? Ich muss gerade mal schauen. Also, du hast jetzt hier irgendwo dein Tempel und ungefähr der Pfad, den hat er immer auch ausgekundschaftet, geht dann irgendwann nach zwei, drei Kilometern vom Landesinneren, geht er dann weiter nach unten. Und du kannst es dir dann auf dieser kleinen Übersichtskarte, kannst du es dir angucken. Hier ist diese Speerspitze, dieses Onesanktum von Charybderoth. Und hier in dieser Gegend liegen dann ganz, ganz viele Schiffe. Also so Entfernung, ich muss gerade nochmal ins Abenteuer gucken, ungefähr fünf Meilen. Ja gut, das ist keine Entfernung, auf die man einen Kampf nachhört. Nee. Ihr habt recht, das könnten wir tun. Wir bringen jeden den Kletterkern hier hoch, unter Umständen mit Hilfe der Perlenwacht, wenn wir irgendwann eine flachere Stelle finden. Greifen das Dorf an, setzen uns in die Aufsteige, warten auf Xeran, nehmen den Splitter ab. Könnt ihr gehen. Das Problem ist, was tun wir, wenn eine Splitter direkt zu diesem, zu diesem Spalt hinbringt und man von dort ins Innsanktum gelangen kann. Also. Grundsätzlich glaube ich, ist es nicht schlecht, wenn wir die Truppe vor Ort schon ausschalten. Das gibt uns bessere Möglichkeiten für Ihren Hinterhalt. Und auf fünf Meilen werden Sie vermutlich das Ding am Flärm nicht hören. Und dann werden Sie den Kletterkern zuschlagen. Vielleicht mit Bogenschützen. Das auf jeden Fall. Wir bewegen uns ran, decken Sie mit Feuer ein. Und ihr seht zu, dass auf keinen Fall irgendeine Brieftaube rauskommt. Bin ich in der Lage, was gegen magische Brieftaube zu tun? Ah, die Magie. Ich bin ja, die Magie. Ignifaxus, Bewegungsstörer, Pentagrammer. Okay. Dämonenbannen. Und werden Sie Lichtzeichen geben? Dann müssen wir schneller sein als die Lichtzeichen. Entweder bannt ihr irgendwann wieder das Licht, wenn es magisch ist. Freihausbein. Oder wir müssen einfach schneller sein als die Lichtzeichen. Du Gleitsau. Schneller sein als die Lichtzeichen. Wer erschossen wird, bevor er einen Alarm schlagen kann, kann auch keine Lichtzeichen geben. Also wenn Irma da nachher gleich fertig ist. Vielleicht kann er, ich meine, er scheint mir ein recht fähiger Bogenschütz zu sein. Vielleicht kann er den Dargestellenden machen. Ich weiß nicht, ob da Magier vor Ort sind. Er sind auf jeden Fall irgendwelche unheiligen Priester. Ich werde mich darum kümmern müssen. Und er soll verründen. Das ist meine Idee. Ich weiß nicht, ob er eine bessere hat. Die andere Idee wäre halt, in etwa einer Meilerentfernung mit der Perlenwacht auf der Lauer zu liegen. Und erst heranzustürmen. Oder knapp aus der Sichtweite auf der Lauer zu liegen. Und erst heranzustürmen, sobald wir wissen, wo der Splitter ist. Aber wir wissen nicht, wo der Splitter ist. Wisst ihr, ob der Splitter irgendeinen Geruch von sich gibt? Nein. Vielleicht hätte Magister von Boba das gewusst, aber er ist nicht hier. Ein riechender Splitter. Wirklich. Ein dämonisches Artefakt. Es würde mich nicht wundern, wenn es nach Wasser oder ähnlichem riecht. Oder permanent Unwasser verliert oder ähnliches. Wie viele Leute habt ihr von Ort gezählt? Zwei Dutzend? Laut Umas Bericht erscheinen in der Taverne 15, 16 Leute zu sehen. Und im Tempel mindestens zwei von diesen unheiligen Priestern. Vielleicht auch mehr. Öber, du kannst übrigens hören, ne? Die Hexe Elysia hat sich mittlerweile auf ihre Knie niedergesunken. Und hat deine Hose mittlerweile komplett geöffnet. Du stehst da eben mit heruntergelassenen Hosen sie vor dir auf den Knien. Und kannst dir eben mitverfolgen, wie sie vor deinem Plan stehen. Ja, ist super. Dann streichelt man ihr Sandflöre in den Kopf, wenn dessen man mit auf den Plan schaut und genießt. Ja, sehr gut. Sie macht das super. Äh, Eltern, haben wir alles, was ihr tut, ist jetzt um Eitelkeit der Schwert. Äh, nicht um Eitelkeit, sondern um, ja doch, Eitelkeit, ne? Wie wär's mal mit Neid? Oder Neid? Eitelkeit hab ich. Neid hab ich, hm. Ja, dann, was du jetzt erstmal so tust, ist um Neid und um Eitelkeit der Schwert. Weil's A... Beide? Ja, weil's gerade A, äh, er hat da ne hübsche Frau, obwohl er komplett hässlich ist und ein stinkender Bettler und B, äh, naja, das ist komplett widerlich, was die beiden tun. Also, deine Eitelkeit triggert er auch. Ich hab ne Frage zu meinem Nachteil, ja, also ich hab auch Neid. Also, alternativ kannst du sie halt auch wegschübsen, Achmat, und kannst dann selbst bei O immer, äh, immer rangehen. Ja, warum nicht, ne? Lass sie nicht aufhalten. Nein, ich lass sie erstmal in ihren ehrenhaften Zweikampf beenden und dann versuch ich es ganz runtergefällig. Aber ich bin auf jeden Fall, äh... Keras, hast du irgendwelche Nachteile? Ja, aber das juckt mich absolut nicht, warum sollte das? Ich mein, ich besuch regelmäßig den Raya-Tempel. Ist dies wirklich der richtige Ort und die richtige Zeit, um dem Raya-Spiel nachzugehen? Frag ich. Oh ja, so, ja, ja, soviel zum, hm, hm. Ich bin zwar eher genervt, dass die alle hier anscheinend den Ernst der Lager nicht kapieren und die alle verrecken werden und ich bin von Idioten umgeben. Hey, ich bin auch noch da. Ja, ich sag ja, ich bin von Idioten umgeben. Ich komm dir gleich da rüber. Könnt ihr jetzt mal bitte euch konzentrieren bei Paios, verdammt. Du merkst, wie, wie er dann mitten im Besatzanfix wirkt. Wenn wir planen, irgendetwas zu tun, dann müssen wir die Leute hier ausschalten. Wenn wir nicht planen, die Leute hier zu, äh, auszuschalten und eine Falle zu stellen, dann hat es doch keinen Sinn, dass wir hierbleiben. Dann sollten wir versuchen, den Splitter abzufahren. Richtig. Gut, wir schleichen uns an. Schalten aus der Entfernung, die Wache stehen hinaus, stürmen das Dorf. Marikardin die Taverne. Jemand geht in den Tempel, Ahmad zum Beispiel, döddet die beiden Paktierer. Und dann machen wir die Tür zur Taverne auf und hacken jeden nieder, bevor sie rausgehen und ein Lichtzeichen geben können. Hab ich auch's vergessen? Richtig. Ihr habt den Plan ein wenig falsch aufgegriffen. Wir werden dort nur tödlich Rondra gefällig einmarschieren und jeden Paktierer und jeden Diener ausschalten. Genau das sagte ich doch. Da die Paktierer im Tempel sind, ist das eure Aufgabe. Da wir aber nicht wollen, dass gleichzeitig alle Leute durch die Gegend rennen und uns um die Ohren schwirren. Dann führe ich den Sturm. Dann können wir auch gleich mit unserem Chef übergehen. Ahmad, hört mir gut zu, wenn ihr diese Sache versaut. Ich schwöre euch, ich stoße euch höchstpersönlich von dieser Klippe. Na, du siehst dir Ahmad an und siehst, dass er nur einen sehr verklärten Blick hat und scheinbar ganz woanders ist. Wir haben uns wie irrenhafte Leute duelliert. Die Sache ist geklärt. Lasst es endlich ruhen. Wie gesagt, der erklärte Blick bleibt weiterhin bestehen. Und er schaut sich gar nicht richtig an.